Alter, übertreib halt! Fick halt beide weg, ja, komm! Alter, du! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Game-Runde mit Sascha, also Links-LP. Der war ja auch im letzten Video dabei. Die haben ja gestern Smash gespielt, da haben wir uns überlegt, machen die mal aus der Liebe. Also hat der da sich überlegt, der da. Ich habe so lange keine Survival Games mehr gespielt, das ist... Ich hab einfach gar nichts. Ich hab so lange nicht mehr gespielt, das ist unnormal. Ah, ich hab Schuhe! Wo bist du eigentlich hin? Hinter dir. So, wir sind hier gerade auf Gome. Echt der? Der wird auch immer voll aus, soweit ich weiß, weil wir mussten schon ein bisschen warten, bis wir rauf konnten, weil da was von viele Leute waren. Ja, du musst es zweimal versuchen drauf zu drücken. Das ist viel. Du musst mal das Leben retten, du hast mich schwer. Dann schweißt du dich so... Teil ist einer! Töten wir ihn! Töten wir ihn! Töten wir ihn! Töten wir ihn! Ich nehm's auf, wie du ihn tötest! Und stell's auf YouTube! Ähm... Woh! Komm! 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 Renn! Komm! Ja, ich laufe schon! Ähm... Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich... Ich weiß es nicht. Ich hab'n Steak! Ah! Okay, dann würde ich mal sagen, kriegen wir einfach direkt mal ne neue Runde rein. Und dann sehen wir uns nach einem kleinen Kut. Bis gleich! Kut! Hallo und herzlich willkommen zurück! Äh, neue Runde. Eben grad die Runde war scheiße, dann krieg ich der fehl, weil du mir ja Schwert weggenommen hast. Wiederblick einfach. Nein? Warte, du kommst... Laufen wir einfach hinterher. Okay. Ja, das ist so wie Walgums-Spieler. Haben wir gerade gesehen, du bist vor mir gestorben. Ich halte die Fresse. Ich hab' für mein Land gekämpft. Oh, fast ein Schein-Schwert. Ich hab' Schuhe und Brot. Ja, du kannst mir jetzt hinterherlaufen. Komme! Na, aber nicht wundern, ich bin rotten schlecht und so, weil wir gehen uns. Ich weiß. Und ich hab' das glaube ich schon erwähnt, aber ich krieg' bald mein neuen PC, da wird so viel Bullshit kommen. Also ich werde dann so viel Kack hochladen, Ich auch. Das pro Tag einfach 4.000-15.000 Videos. Ich auch. Ja, er auch. Ja, aber da werden richtig viele Videos hochgeladen oder so. Ich auch. Ich kenn' die Karte gar nicht. Oh! Ja, 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 ja. Hier, 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 hier! Well done! Nein! Ich kann was geben und töten. Meine! Ups! Ich bin ausgelöst. Da ist ein Team. Ich komm' gerade von der Schule. Ich bin ausgelöst. Hallo! 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 Komm mit! Ich hab' einfach Tür zu machen, weglaufen. Komm mit! Gehen wir den Keller, dann kann ich die Schreckle halten. Oh! Die kommen! Die kommen! Die kommen! Ich komm' nicht los. Wir machen so... das Wort einer halt Türen. Das war... ... ... ... das war so ganz im hintergrund was essen auf erika los er hat kein schweres auf ihn ich habe samen lauf lauf ich habe samen ich bin übergewichtig kommt zurück halt doch an ich gebe dir auch meine samen so fett ich habe ihn getötet ich habe schuhe in so einem keller ich bin in so einem loch durde ich habe meine samen irgendwo auf dem weg wo bist du auf dem jahrmarkt ich habe rot gefunden wo bist du einfach weg nein du kommst jetzt her hallo dann geh ich jetzt auch weg du schaffst es doch gar nicht zu überleben ohne mich mein handy hat vibriert oh my god oh ja Liberation machen halt bitte jetzt hast du in der Schule gekommen ich nicht hast jetzt Ferien er ist nass wo bist du ich habe eine woche noch Praktikum und dann habe ich dir hier ich weiß nicht wie ich mal rauskomme ich habe Ferien dann zwei noch im Praktikum ich mache eine Blumengeschichte jesse jesse hol mich hier raus ach du TNT oh au jetzt hätte ich am anderen vermerzen bleib da und tust jetzt mal hör auf zu dolle boxen ja ich will jetzt irgendwas sagen aber ich weiß nicht was ich sagen will ich wollte sagen wer spielen hört dann ach ja links LP ist eigentlich so rechtsradikaler Behinderter nein ich freue mich nicht was gestaltet ich denke der heißt unten LP ja den gibt's auch es gibt alle komm wir gehen hier weg wo oh so mit deiner Kartoffen ne mit der Axt warum gibt's hier keine Kiste ich würde mal sagen das Haus ist ziemlich obdachlos die von sich von ihrem Geld nur Bücherregale gekauft das Haus ist obdachlos ja die Familie ist obdachlos die haben sich immer nur Bücherregale gekauft damit sie schlau sind und dort sind dumm die sind obdachlos und haben ein Haus ja obdachlose hausbesitzer kennst du die nicht backofen essenmelonen backofen würde sie vielleicht was zu essen haben ich habe meine samen voll verloren das ist doch nicht besser als wo den ex oder ja ja ich habe mich aber so zauberhaft wo ein trieft hier ist auch eine tür hier sind wohnen das ist aufgaben hier hast du schuhe erst eine melone ist ein apfel hier ist ein pilz du willst gar nicht wissen wovon er ist guck mal von deiner mutter ich esse jetzt mein apfel einfach weiter da ist eine kiste da ist leer eisenharmig wollen wir jetzt mal ein bisschen so akro berlin spielen willst du ein steinschwert? ja teils gold alter so hier ist noch eine tür hier sind sachen drin willst du shanemail schuhe? ja weißt du ich will lieber meine holzschuhe holzschuhe sind viel besser ja holzschuhe kann man doch leichter kraften dafür brauchst du eisen kraften für holzschuhe brauchst du eisen wo sind die jetzt mal ohne scheiß das ist doch hier lame nein ich bin tot wo kommt dein sachen auf einmal? ja das ist magie ich habe die so nach oben geportet weil ich so magier bin ich bring einfach mal rein ja komm bist du da unten reingefallen? ja ich lebe auch noch siehst mich noch hier unten hallo ja klar hier bin ich doch hier ist sogar ein gang komm runter hilf's wohl da ist eine truhe aber ich komme da nicht hin da ist ein geheimgang wenn du runter hüpfst ist da so eine mauer auf ja halt die fresse nein auf diese trete da rauf hüpf auf die eisengedänger rauf halt die fresse kais ich komme hier nicht mehr raus nein kommt jemand dein Ernst? hallo ja 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 ich bleibe immer in den truhen um zu versteck zu hören er sieht dich nicht hallo was macht der da? er hat dich gesehen er sieht dich nicht er hat.. oder hat er dich? ne ich stehe nur noch so ich stehe nur noch so Lass mich raus! Lass mich raus! Da gibt ja aber gleich Sidekick Da oben ist auch gefangen Ja Box mich Lass mich raus Hallo Achso Achso Man kann auch Du Hurensohn, Alter, schick da eine Minute Hier fragt Timo, der tötet den einfach Ey, du tötest ihn einfach Warum bist du ein F***, Alter? Alter, was... Frag, was machst du? Oh mein Gott Da, die Geistlosen Auf oben Den Huren Nein! Ich hätte weiter vorne platzieren müssen Mann, was machst du denn da? Ja Du willst keine Handeln, da kannst du mich selbst raushauen Du solltest einfach springen Ja, da schaffst du Spring Bring ihn rüber, los! Hallo! Rette mich! Ja, da hast du einfach 2,5 Leben Oh! Ja, da hast du einfach 2,5 Leben Oh! Ja, da hast du einfach 2,5 Leben Oh! Jetzt mal ohne Scheiße, was machst du? BVP-Skills BVP-Skills Darf ich jetzt hier raus? Ja, hüpf einfach, da schaffst du Du, da unten, hüpf rauf Nein! Das schaffst du In 10 Sekunden beginnt das Deathmash Und du hast einfach bis jetzt hier überlebt Unterfragen Alter! Ich will die Sachen machen! Hüpf Hüpf Dann bei Ace gespaut Hat er einen am idea rufen? Full dia Hüpf rauf Tönt ihn einfach mal an Hüpf Verarscht Tönt ihn einfach mal ins Wasser her Hüpf Alter, übertreib halt Fick halt beide weg Ja, komm! Alter du! Was geht ab? Du bist in dem Loch drin Du tötest 3 und dann tötest du 2 die Team haben Ja Okay Leute, ich würde mal sagen Das war's von dieser Runde Mit diesen PvP-Skills von links Linkspvp Würde ich sagen Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr eine Bewertung da lassen Und da würde ich mal sagen Bis zum nächsten Mal Im Abbus! Tschüss!